Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Unsere Sendung gilt heute vor allem dem, der wächst, nämlich den Pflanzen und den Kindern. Goob ist Ihr Spezialist für Pflanzen und Blumen. Es gibt jetzt in allen grösseren Goob-Zentern ein besonders grosses Angebot von frischen und preisgünstigen Schnittblumen. Goob hat auch spezielle Garten-Zentren. In Fränkendorf und Oberwil-Baselland, Heim und Hobby Bethlehem-Bern, im Grützenpark Winterthur, Heim und Hobby Feuertalen, Pilatusmarkt in Grenz und Port Rouge in Neuenburg. Von allen möglichen Pflanzen bis zum Gartenbaumaterial kommen Sie dort alles über. Natürlich auch eine fachmännische Beratung. Der Herr Steiger aus Winterthur erzählt uns jetzt gerade, wie man Koniferen, also die Nadelhölzer, im Winter behandeln muss. Jetzt ist es Zeit, die Koniferen zu pflanzen. Dann haben Sie im Winter einen schönen grünen Balkon. Pflanzen Sie Koniferen in ein grosses Gefäss mit viel Erde um die Wurzeln, damit das Wasser nicht bis zu Ende gefeuern kann. Koniferen brauchen auch im Winter ab und zu Wasser, damit sie nicht vertrocknen und absterben. Zwischen Koniferen können Sie ein paar Blumenzwiebeln stecken, dann haben Sie die ersten Blumen im Frühling. Das Triopack mit diesen wunderschönen Koniferen oder zehn verschiedene Sorten Rosenstöcken in diesen praktischen Schutzpackungen gibt es jetzt als Herbstangebot in den grossen Gobe-Center und auch in den Garten-Center. Beide mit einer Anwuchsgarantie, die Gobe als einzige und erste auf alle Bäume, Sträucher und Rosenstöcke gibt. Das heisst also, sollten die Pflanzen trotz allem nicht anwachsen, dann können Sie sie zusammen mit dem Garantiescheid zurückbringen und Sie kommen sofort wieder das Geld rüber. Eine echte Gobe-Konsumentenleistung. Eben so eine Konsumentenleistung ist Gobe-Spielzeug-Angebot. Wenn Sie Kinder haben oder Enkel oder Nachbarskind, dann schauen Sie speziell auf den Gobe-Spielzeug-Prospekt, die diese Woche in alle Haushaltungen kommt. Oder auf die Gobe-Plakate an den Gobe-Läden. Gobe hat in den grossen Centern ein Angebot von über 80 qualitativ guten Spielsachen. Die sechs folgenden sind besondere Schlager. Es gibt sie in allen Gobe-Läden. Die Alastwagen aus Holz, das schöne unzerbrechliche Kindergeschirr, verschiedene Schwungradauto und mit diesem Würfelspiel können die Kleinen spielende Verkehrsregeln lernen. Das Baby heisst Judy und gibt es zusammen mit verschiedenen Kleidchen. Und das Spielmagazin mit 16 Spielen macht Mengenabend gemütlicher. Wie gesagt, alle diese Spielsachen kommen Sie allen Gobe-Läden zu Schlagerpreisen über. Und jetzt, wie jeden Mittwoch, zu den besonders günstigen Gobe-Angeboten. Die Preisschlager sind zwei Packung auf 50 Filterpapier Melita und bis zum nächsten Dienstag gibt es zu Aktionspreisen zwei 400g Dosen Weisskasse, Katzenvollnahrung, zwei Dosen an 390g Pal, Hundefollnahrung, Napoli-Teigwaren, Rigatti und Schrägschnitt-Makaroni in 500g Beutel, eine Tube Domi-Mayonnaise an 265g, 500g Bon-Schub Pflanzenmargarine mit 10% Butter, ein Packung Fischsticks Goldstar, tiefgekühlt ohne Gräte und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es als Hit am Wochenende ein Liter Gobe-Himbeersirup. Und jetzt zum Oktoberwettbewerb. Einfach drei Produkte, die im heutigen Mittwochstudio vorgekommen sind, auf eine Postkarte als Gobe, Mittwochstudio, Postfach 4099 Basel. Unter allen richtigen Einsender werden wir 5000 Franken Einkaufsgutsche verlassen. Einsendenschluss ist der 24. Oktober 1977. Und noch etwas, am nächsten Mittwoch um die gleichzeit sagen wir Ihnen dann, wer gewonnen hat. Auf Wiedersehen miteinander. Auf Wiedersehen.